Ey, ohne Spaß, das ist Andi! Das ist Andi! Wieso? Uff, die Schweine, und herzlich willkommen! Glaubt ihr euch, dass diesmal wieder unverdient, äh, eine Breakfast? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Eskalation! Was ist ein, 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 ein durchschnittliches Breakfast? Also ich weiß ganz genau, was ich baue. Ja, okay, cool. Let it blow. Let it go. Can't hold it back anymore. Ich singe das nur, weil's auf dem Server läuft. Ich sing, weil ich's kann. Ich konnte den Textball ziemlich auswendig. Bei dem hier ist auch nicht schwer. Ich fang erst mal mit dem Essen, essenziell. Also ich baue jetzt meine Breakfast-Routine. Ja, Crunch-Time erstmal, ne? Richtig schön, das lag, gibt's dann von mir. Kyle hat's bei euch gerade auch geleckt? Ja, 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 hat's gut. Bei dir sind auch die Blöcke zurückgesprungen, oder? Ja, an die Bonds so langsam bei ihm, merkt man das gar nicht. Ne, stimmt, dann passiert ja auch nichts. Ja, ich versuche es mit Dealtail zu, wett, wett zu machen. Hm, was ist denn... Scheiße, was ist denn dann die... Eine Minute, ich hab noch nicht mal ansatzweise etwas gebaut, was mit Frühstück zu tun hat. Aber dafür hab ich einfach das Detail, was alle von euch einfach im Schatten stehen lässt. Was denn? Ne, sag ich nicht, sonst weiß der, was meins ist. Weiß ich wahrscheinlich so oder so. Nö. Ey, du sagst ganz oft, Hö, dass es däumst und dann ist es nicht däumst. Einfach, damit es die Möglichkeit besteht, dass es deins ist und ich dann lachen kann. So, das ist wie zu sagen, wie vor einer roten Ampel zu stehen und jetzt ist es grün. Genau, genau. Jetzt und dann, aha. Ja, richtig, hab ich doch gesagt, dass es grün wird. Genau das ist das. Ja, nur dass es von dir ist und daher ziemlich blöd. Da ist aber einer pissig. Ja, weil einfach... Die erste Runde verloren hat. Immer noch... Und es war vollkommen gerechtfertigt. Hä, mein Jellyfish war besser als deiner? Ne, fand ich nicht. Also, fanden die Leute ja scheinbar nicht. Ja, Voted by Fans, wie damals dein Zimmer, ne? Ja. Du musst halt nicht bauen, was gut ist, sondern das bauen, was den Leuten gefällt. Ja, scheiße. Donald Trump hat auch mehr höhere Zustimmung als manche andere vernünftige Leute. Ist das so? Was sagst du jetzt, Andi? Also, ich müsste mich auf Donald Trump gleichsetzen. Ja. Jep. Jep. Das finde ich jetzt schon so. Wenn wir jetzt im Mittelalter, oder nicht im Mittelalter, in der Ressence leben würden, würde ich dir jetzt einen Federhandschuh ins Gesicht pfeffern und dich zum Pistolenduell auf Leben und Tod herausfordern. Pistolenduell war nicht im Mittelalter, mein Freund. Ich habe gesagt Renaissance. Oh, sorry. Warum? Wie komme ich dann aufs Mittelalter? Weil ich vorher im Mittelalter gesagt habe, und dann ganz schnell gesagt habe Renaissance. Renaissance war es... Ah, das könnte eng sein. Ich weiß nicht. Also, Mittelalter war ja bis 1500 nach Christus. Wann war die Renaissance? Nein, nicht danach. Hm, da ist einfach einer richtig, äh... Ja, die Renaissance war nach dem Mittelalter, als die quasi alten Künste wieder aufgelegt wurden. Die alten Künste? Nicht die neuen? Nein, die alten. Okay, okay, okay. Ist das ein scheiß verfickter Glockenbeat? Nope. Nope. Oh, scheiße. Ich bin nicht mad, wenn ich die Runde verliere. Ja, du bist nämlich eine Müsse. Hä, aber Andy, du musst doch gewinnen. Du bist doch Master of Crunchiness. Du weißt einfach, wie es flowt, wie man richtig frühstückt. Das hat mich schon so ein bisschen geehrt. Ja, also wie man richtig viel Zeit verschwendet und unproduktiv ist. Ist halt echt so. Das Frühstück ist schon nice, aber... Ja, aber sechs Stunden am Tag. ...cruncht am Sonntag, man steht um 14 Uhr auf und ist um 20 Uhr mit dem Frühstück fertig, um dann wieder ins Bett zu gehen. Ich hab schon... Ah, grenzwertig, meine Freunde, grenzwertig. Ja, ich hab irgendwie total verfehlt, was ich machen wollte. Ich bin überhaupt nicht mad, wenn ich verliere. Wie ist es, du mad? Ja. Hm. Aber ihr werdet direkt erkennen, was meins ist. Ja. Erstmal wahrscheinlich, weil ich wieder als erstes dran bin. Das stimmt. Ähm. Andy ist sicher als erstes dran, weil Andy immer als erstes dran ist. Oh, scheiße, nur noch eine Minute. Ah, fuck, ich... Ast aus. Echt? Fuck, das geht an. Ach ja, so doch. Ähm. Äh, dann halt so... Hm. Hm. Eigentlich... Eigentlich bin ich hiervon gerade ziemlich begeistert. Äh... Da... Es ist nicht so ganz aufgegangen, mein Konzept. Nee, es ist einfach ein bisschen... ...cheiße jetzt. ach kacke ne ja das ich habe falsch maßstab gewählt kennt ihr kennt das ich bin eigentlich schwer begeistert gerade wieder vor allem dieses detail nicht cool bacon ohne spaß das ist andy also andy ich gebe da im gut ja 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 hat er recht ich weiß nicht ob ich bin okay aber eigentlich von der däumen ist richtig aber ich habe andy nur okay gegeben das war nicht was du also ich bin trotzdem ha 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 nein ich bin zu sehen was ist das für eine scheiße seit wann ist man eine kuh wieso ist andy jetzt immer als erster vor allem ich habe auch das gefühl dass dolme riecht nach level auf dem server das ok ok fruity loops schon witzig ist gut aber was ist das ich gebe auf jeden fall was besseres als andy so dann ist einfach richtig misset you mad also es ist halt nicht sehr detailliert gewesen ne außerdem ist die schüssel nicht rund planen war vom detail schon und lightning ort als kannst du ihn serie für richtig geteilt ich bin ja ich bin ja ein peter ich finde dass das brot schwebt deswegen ja ja richtig und aber das eis cool das eis cool ich glaube ist doch das ist besser als meh nein aber tisch war unnötig warum tisch alles dazu gehört das will ich wiederum gut weil das spiel auf dem teller liegt und nicht schwebt ja stimmt aber dafür hat er hier das messer wo liegt das messer warum denn wasserglas warum nicht flasche ist das denn das ist ein leberfrostbrötchen ist einfach zusammenhangslose gegenstände und marmelade ich gebe jetzt allen richtig gut damit an die einfach schlechter ist mit dir macht aber keinen spaß weil ich zu gut bin oder was ich habe deine werke immer wertgeschätzt aber seitdem du mein jellyfisch einfach total gemacht hast ich fand ich einfach nicht spektakulär so können wir mit nicht arbeiten wir möchten hier bitte fair aufnehmen ja fair bewerten ja nach der runde sind wir ja quitter was beide einmal gebäscht ja aber du wirst trotzdem gewinnen diese runde was ist das denn denn es ist kihans marmeladentoast es ist gut und kaffee mit sahne hallo ich habe ihm everything is außen gegeben wobei also ich finde es genau so gut wie meins aber ich fand auch sehr ähnlich wir waren sehr ähnlich vor allem das ist kein frühstück leading thema verfehlt ja thema verfehlt stimmt es halt ja weil er schleimt ja weil er schleimt ich habe nur fu geschrieben f mit drei u und es wurde gestern ja ja zu einem punkt gefickt das lag daran dass dolben ein bisschen ressource gegeben hat nice dolben internet high five ich fand da beide gut nein wirklich vor allem wir waren verdammt ähnlich bei ihnen das geschickt noch ein bisschen die kreis war halt schon besser nein du hattest halt bacon aber also mein toast war eigentlich geil ich habe vielleicht ein bisschen viele krümel hin gemacht dann sieht die kruste hat gefehlt aber es gibt keinen so guten farb dann egal wir sehen uns gleich wieder bis dahin ganz ehrlich das thema was jetzt kommt das hatten wir doch sowieso schon ich hatte es kurz gespielt den erke die charakter ghost zu bauen aber das ist ein bisschen zu aufwendig ich habe etwas im kopf ich weiß nicht ob ich es schaffe oh gott es wäre manchmal auch geil wenn man schon mal gebaute sachen laden an die macht aber an die macht einfach pixelart von huibu äh von hubu nein ich will was cooles machen wer ist hubu der geist von mario huhu nicht hubu junge ganz ehrlich an die gedicht begraben ist heute ein bisschen hate aber aber vorhin schwulen sie noch um haa morgens da was ich finde die begeisterung schon berechtigt aber aber meine imitation von euch beiden ist auch berechtigt und korrekt ich sag ja auch nichts dagegen ich finde es lustig ich sag auch nichts dagegen im kern trifft es die sache ja aber ich gehe dazu eine eins zu eins replik eures irgendwie ist mein geist nicht so wie ich mir vorstelle mein geist ist ziemlich jubisch muss ich wohl nur dafür entscheiden wo die vorderseite ist ich auch oh gott ich glaube ich habe mich richtig im maßstab verschätzt keine angst du mir gibt es sowieso eine schlechte bewertung spaß ich komme ich wieder als erster dran stimmt ich war die wasser immer sofort war er der erste ich habe ich habe so eine art baustil schluss dass ich erster bin ich könnte eigentlich immer direkt habe ich bin keine ahnung als welcher letzten vielleicht waren die acht mal vielleicht waren die meisten james hat oder irgendwie den besten und ich weiß nicht ich krieg der höchsten rank dann einfach zu sagen keine ahnung außer unfair wenn der beste immer als er doch damit du mal besser wirst mehr geld auf dem server lässt aber du hast noch keinen cent auf diesem server gelassen ja richtig so wo machen wir die vorderseite ok das nicht hier geht es nicht gut ist es nach dem ausschlussverfahren hier ist die vorderseite ist schon fertig mit dem ding ich muss ich bin immer noch am grund baustein bauen richtig süß mein geist alles andere als süß ich glaube richtig creepy wie deine komische weihnachtssanta ja die weihnachtsskill mal sehen was hier für gleich oben kommt ganz bescheiden das sieht einfach aus wie eine alte verrücke ist richtig scheiße mein geist macht einfach so er checkt die leute aus er checkt die lage gott sieht das scheiße aus ja so jans das ist nicht geworden was ich wollte aber ok allemal das ist halt überhaupt nicht das geworden was ich machen wollte das komplett unförmig geworden in mein geist inzwischen wie sie ist muss wie das beste noch draus machen nicht so richtig geil macht hier auf einmal den drawback ja ist halt auch besser mal zu drawbacken backen 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 backt mein geist ist aber richtig creepy okay inzwischen weiß nicht mehr ob ich immer noch so überzeugt bin von meinem geist well it improves everything na egal die runde davor habe ich ja gewonnen und tape kann man das mal machen kann man kann man kann man das ist richtig creepy geworden so was hat andy gebaut das finde ich ausnahmsweise mann nicht andy meister bleeding heute andy hast du dich aber wieder selbst überzeugt ja ich weiß ich hab da nicht viel arbeit reingesteckt aber wirklich schon alter wenn man sich das wieder anguckt dann ist wieder alles in ordnung was man jemals gebaut hat was ist das hallo lukas tschüss lukas tschüss lukas tschüss lukas gma deabonnieren was ist das denn warum regnet es was ist das das sieht komisch aus ich finde es okay aber ja ich erkenne es nicht ah scheiße nacht machen habe ich tatsächlich vergessen bei mir ich verstehe nicht was das hier vorne ist ich habe ein mail gegeben weil keine ahnung ich habe auch ein mail gegeben weil ich nicht verstanden kann interpretate er sieht so skeptisch aus der geistung hm 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 das ist Andi das ist Andi aber es hat irgendwie so ein bisschen Thema verfehlt aber er hat 3D Augen das gefällt mir es ist okay er ist richtig creepy geworden also wirklich ich finde es sieht jetzt mehr aus wie der Dämon oder so oder Trollface mir gefällt es ich habe ihm gut gegeben was ist das denn das ist kein das ist ein Skelett verdammt nee dann weißt du nicht was bei mir ein Skelett war aber also ein Skelett sieht halt komplett alles aus das mit dem Wetter der Regen ist mega nervig meins war halt so ein fies gritzender Geist was ist das denn äh äh ist das der von Ghostbusters nein das ist nicht Slimer sicher? weil hier auch aus so einem Iron Kasten rauskommt ja nein das hast du gebaut nein habe ich nicht sicher? habe ich nicht das ist aber nicht der von Ghostbusters ich habe keine Ahnung was das sein soll Flori 2002 ey wenn Flori 2002 geboren ist dann mache ich mich das wäre eigentlich geil gewesen wenn du Ghostbusters gebaut hättest der ist gut ist doch hier dieser Marshmallow nein das ist nicht der Marshmallow Mann ok doch den gibt es irgendwo das hier ist aber nicht der Marshmallow das ist einfach ein Geist mein Geist mein Geist das ist ja so ey Brew want some Brew? ja weil er so die Ahnung von der was ist das denn? warum denn Brew? warum explodiert dieser Geist das hat Augen und dieses Weiß ok ne ich habe auch Mäh gegeben warum ist das Wow? es sind einfach Explosionen daneben wow wow ich finde das ist einfach Effekthascherei das ist Kilian wenn das Kilian ist ne Kilian macht kein Pixel ist für den ok also erst 2D sonst würde ich ein Good geben Kilian macht kein Pixel deswegen gibt es gut ne bin ich auch nicht kein kein Pixelart wo kommen wir denn da hin? Minecraft von Minecraft ist immer Pixelart die Leute sind zu heuchlerisch ne nein wenn es 3D ist ist ja kein Pixel was ist das denn? es ist ein fucking Kondom mit Augen nein es ist ein Kondom es ist ein Kondom schwer schwer ja hallo Kiso das ist dein Bild ist ne von Renelus 7 warum kann man die Kacke nicht hoch springen? was ist das denn? was ist das denn? was ist das denn? ich finde den mega scheiße was soll denn dieses Kreuz dann nehmen? das hat den Friedhof Freuil das ist so ein ich finde es sollte eigentlich so ein das ist Kiosk das ist Kiosk Betthuchgeist werden ich finde den gut geworden das Gesicht ist schwierig fehlen die Arme stimmt die haben Arme ja hast recht hat er recht ja hat er recht der aussieht so ein easy als ob er wieder gefickt hat warum bin ich so schlecht mit meinem süßen Geist? because mine is creepier war halt auch nicht so amazing wie meiner mit dem Kreuz ja weil immer noch besser nein du bist besser als ich verdammt aber nur 2 Punkte also also bleibt es nur was zu sagen gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben bis zum nächsten Mal